Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschung Show bei Pearl TV. Es ist wieder soweit, das Highlight des Tages. Unsere 5 Euro Überraschung Show. Alles kostet 5 Euro in der nächsten halben Stunde. Und es ist alles runtergesetzt. Jeder Artikel kostet 5 Euro. Sie haben nur 2 Stunden Zeit, alles zu bestellen. Wir fangen gleich mal an mit unserem ersten Produkt. Keine Zeit verlieren. Oh ja, und ich habe den goldenen Umschlag. Und ich kann gleich nachsehen, womit wir hier überrascht werden. Das ist ein automatischer 3-fach HDMI-Umschalter für Full-HD-TVs. Ah ja, jetzt sehe ich das. HDMI-Kabel kommen da rein. Das wird wiederum mit dem Fernseher verbunden. Das ist praktisch, liebe Zuschauer, wenn Sie beispielsweise Computerspiele spielen am Fernseher. Oder dementsprechend einen Adapter verbinden möchten mit einem Gerät, wo Sie dann Ihre Streaming-Dienste auf den Fernseher übertragen. Oder natürlich in Verbindung mit dem Satelliten-Receiver. Und gerade dieses oder spielt eben hier eine große Rolle. Normalerweise hat man eben nur einen HDMI-Aufschluss oder zwei. Also drei ganz, ganz selten. Also das ist hier eben eine großartige Sache. Und dieser Switch aktiviert automatisch die Verbindung zu dem Gerät, das Sie zuletzt einschalten. Schalten Sie beispielsweise den DVD-Player aus und Satelliten-Receiver ein, aktiviert der HDMI-Verteiler den Eingang mit dem angeschlossenen Receiver. Also, und hiermit genießen Sie Video-Übertragung in Full-HD und darüber hinaus sogar in 3D. Egal ob Dolby Digital, DTS oder True HD, jedes Audiosignal wird kristallklar übertragen. Eine tolle Sache, oder? Das ist ein Auto-Umschalter. Sie haben aber hier auch einen Select-Schalter. Da können Sie dann wahrscheinlich trotzdem manuell umschalten. Das ist ganz richtig. Viele Geräte haben wirklich nur ein oder zwei HDMI-Anschlüsse. Aber wenn man dann Satelliten-Receiver und einen DVD-Player hat, dann sind die auch schon voll und man hat keinen Platz mehr für seine Gaming-Stationen oder Computer oder was auch immer man anschließen will. Hier ist man auf der sicheren Seite. Manche alten Geräte haben auch nur ein HDMI. Ja, na klar. Und für sowas ist das dann natürlich unglaublich praktisch. Und das ist jetzt natürlich auch die Zukunft, weil das Gart-Kabel wird langsam aussortiert. Das haben, glaube ich, auch die Letzten inzwischen mitbekommen. Mit dem HDMI, das ist eben das Neue. Damit verbindet man jetzt seine Geräte. Und auch viele so semi-moderne Geräte haben auch schon einen HDMI-Stecker da. Also, dass man da das eben schon machen kann. Hast du mit Geräte an deinem Fernseher dran, Diana? Ja, natürlich mein Playstation. Playstation, ja. Ein bisschen, manchmal mag ich das, ja. Und das ist sehr praktisch und nur für 5 Euro. Das ist echt Überraschung. Ja, also 5 Euro ist wirklich ein super Preis für einen solchen Adapter. Richtig, richtig klasse. Denn man kann jetzt eben dis zu 3 Abspielgeräte gleichzeitig an den Fernseher auch anschließen. Eben auch, wenn dieser nur einen HDMI-Anschluss hat. Also eine super Sache. PX5413569 wäre hier die Bestellnummer für 5 Euro. Ein wirkliches Schnäppchen. Was hast du denn an deinem Fernseher dran stecken? Ja, DVD-Player beispielsweise. Und ich nutze einen Adapter, dass ich mein iPhone dann praktisch noch mit anschließen kann. Um, wenn ich dann Serien gucken möchte von meinen Streaming-Diensten, die ich auf den Fernseher übertragen kann. So mache ich das. Und das ist eben wichtig, wenn Sie eben noch keinen Smart-TV haben. Weil die Smart-TV, die können Sie ja schon praktisch direkt mit dem Internet verbinden. Da können Sie dann die Streaming-Dienste direkt aufrufen. Aber bei meinen Eltern haben wir eben keinen Smart-TV, sondern eben einen, sag ich mal, leicht älteren Flachbildschirm. Und da nutzt man eben dieses HDMI-Kabel dann für die Anschlüsse. Und das hier wäre jetzt ein perfekter Adapter, denn meine Eltern haben eben auch nur zwei HDMI-Anschlüsse. Und wir machen weiter. Was gibt es denn als nächstes? Oh ja, das mögen wir alle. Das sieht aus wie, hm, Thermometer oder Messer von Luftfeuchtigkeit. Was steht da drauf? Das ist ein digitales Hygrometer und Thermometer mit Trendanzeige und Komfortindex. Das heißt, du hast also Temperatur, Luftfeuchtigkeit und kannst dazu natürlich gezieltes Heizen und Lüften für das optimale Wohlfühl-Klima. Und da zeigt sie auch, ob das Klima im optimalen Bereich liegt, sogar mit Tendenz. Und du siehst die Tiefs- und Höchstwerte der vergangenen 24 Stunden einfach auf den Tisch oder ins Regal stellen. Magneten hat es auch dran, dass man es also auch tatsächlich in der Küche oben reinstellen kann. Also hier steht jetzt, Luft ist in Ordnung auf OK. Ja, Luftwerte sind OK in der Mitte. Dann irgendwas hier mit 57% und 67%. Das ist das, was wir jetzt im Moment hier haben. Wahrscheinlich, ne? Ne, 67 Fahrenheit ist das. Ah, Fahrenheit. Das müssen wir umstellen auf Celsius. Das kann man also umstellen von Celsius auf Fahrenheit. Das ist also einmal die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Und das zeigt es in schönen, großen, wenn wir uns das hier mal angucken können, das zeigt es in schönen, großen LCD-Buchstaben, dass man das also wirklich fantastisch auch lesen kann. Ohne Brille oder mit Brille, wie es Ihnen gefällt, weil die Anzeige so schön groß ist. Und es gibt hier noch eine Tendenz, also wie das jetzt sich in den letzten Stunden entwickelt hat. Das heißt, man kann immer das optimale Wohlfühlklima zu Hause haben mit Temperatur. Und hier sehen wir mal die Anzeige. Das ist also wirklich sehr schön, einfach aufzustellen oder mit Magnet irgendwo ranmachen. Lassen Sie sich nicht beeinflussen, da unten die 69, das ist Fahrenheit. Das kann man umstellen auf Celsius. Ja, das kann man bestimmt umstellen. Und dann haben Sie das richtig anzeigen. Und oben ist auch noch farbig eingestellt, ob das eben gut ist oder schlecht. Je nachdem, wie man das haben möchte, kann man das genau einstellen. Dann die Heizung, Fenster auf, Fenster zu, finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, wenn man eben interessiert ist an Klima, an seinem Wohlfühlklima zu Hause oder eben auch am Wetter insgesamt, dann hat man damit hier einen guten Griff gemacht. Für 5 Euro ein schönes Gadget. Sicher haben Sie jemanden in der Familie, der sich dafür interessiert und der daran Spaß hätte. Ja, das ist unser Hygrometer und Thermometer mit Trendanzeige und Komfortindex. Das ist dieses Rot-Gelb-Grün, was Sie oben sehen. Mit der Bestellnummer NX6304569. Hier sehen wir es mal in Celsius, 46% und 25 Grad. Oben sehen wir diese farbigen Anzeigen für den Komfortindex. Für 5 Euro können Sie tatsächlich auch bis zu 5 Mal zugreifen. Das ist kein Preisalarm. Sie sehen das richtig. Ganz toll. Sie können überhaupt nicht so oft bestellen, wie Sie wollen. Sie haben eine gebührenfreie Telefonnummer und Sie zahlen nur einmal. Wir sammeln das den Tag über. Und Sie zahlen nur einmal am Abend. Es wird alles zusammengefasst. Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Und bei uns, das ist super, 59%. Bei uns ist es perfekt, ne? Ja, perfekt. Ja, das sieht man richtig. So wurde es angezeigt. Okay, Stadtteilgrün. Sehr gut. Wunderbar. Gib mir doch mal das zurück. Dann warten wir nämlich auf unsere nächste Überraschung. Und jetzt schon. Das gibt es ja gar nicht. Das sind Solarwandlichter, die man an die Wand hängen kann. Und dann eben hat man immer Licht an dunklen Stellen, dunklen Gängen mit Bewegungssensor und Nachtlichtfunktion. Das heißt, die gehen auch nur an, wenn sich etwas davor bewegt. Und haben so ganz angenehmes Licht auch noch. Und ohne Kabel vor allem. Ja, bei Diana leuchtet er schon. Guck mal, das ist super. Du kannst hier anmachen. Ja, klasse. Ja, ja, schon funktioniert es. Ah, hier sehen wir es mal. Wow. Also sowas finde ich toll an der Hauswand, weil ich mag eben auch so diese indirekte Beleuchtung. Das finde ich klasse. Je nachdem, wo man es eben hinpackt. Das sieht einfach gut aus. Das ist sehr, sehr modern, wie das dann so nach unten strahlt. Also das gefällt mir sehr. Und hier hat man eben eine sehr günstige Möglichkeit, das jetzt eben an seiner Hauswand oder eben an der Garage und so weiter nachzurüsten. Sehr schön. Ja, das kannst du überall aufhängen. Es braucht, wie gesagt, keinen Strom, weil es sich von der Sonne lädt. Und der Akku, der ist dann eben, er hält durch die ganze Nacht durch, also durch die Dämmerung. Man kann zwei Helligkeitsstufen wählen. Und es geht halt nur an bei diesem Bewegungssensor. Das ist natürlich wirklich toll. Und es ist komplett kabellos. Und wetterfest natürlich. Das steht hier noch. Und es ist ein monokristallines Solarpennel. Das heißt, es lädt sich sogar bei Tageslicht. Man muss nicht mal Sonne haben. Und hier bei Diana sehen wir, es ist so ganz angenehmes Licht. Es ist schön hell, aber auch so nicht so dieses ganz kalte Licht, was so ungemütlich aussieht. Man kann eben mit solchen Lichtern so viel machen. Also es wertet tatsächlich eben das Zuhause auch so ein bisschen auf. Wenn man das draußen platzieren kann, hat man da einen unglaublichen Effekt. Das sieht gleich immer aus, als hätte man für sehr, sehr viel Geld da dementsprechend renoviert. Und hier für 5 Euro kann man also da schon einen Rieseneffekt erzielen. Gerade wenn man vielleicht so einen kleinen Gang hat, nach hinten zu den Mülltonnen beispielsweise oder hier raus zum Garten, dass da dann eben auch der Bewegungsmelder reagiert. Das ist für die eigene Sicherheit gut. Man sieht, wo man hingeht. Und andererseits kann dies natürlich auch vor fremden Besuchern warnen, die da nichts zu suchen haben. Die lassen sich natürlich auch eher mal abschrecken, wenn irgendwo ein Licht angeht. Also eine tolle Sache. Du siehst vor allem, wenn jemand kommt, dann geht draußen das Licht an und kannst schon mal sagen, oh, oh, gleich kommt Besuch. Ich muss aufstehen, kann nicht vor dem Fernseher rumliegen. Das ist unsere Solar-LED-Wandleuchte mit Bewegungssensor und Nachtlichtfunktion. 50 Lumen ist die L. NX-935-569. NX-935-569 ist die Bestellnummer für unsere LED-Wandleuchte mit Bewegungssensor. Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ja, jetzt kommt keine Ahnung dabei. Wow. Das ist was für Garten. Zeige mal. Oh, ich liebe die Produkte von Royal Gardenier. Die sind also wirklich ganz zu meinen Lieblingsprodukten. Und hier haben wir einen Gartensprinkler zum Bewässern und Abkühlen mit neuen Sprüheinstellungen. Also sowas kostet im Baumarkt so viel Geld und ist so wichtig. Wir haben so trockene Sommer in den letzten Jahren. Da muss man sein Besprühen im Garten ein bisschen im Griff haben und organisieren. Sonst kann man da ganz, ganz schnell die Wüste Kalahari vor der Nase haben. Das hier bewässert effizient die ganze Rasenfläche oder nur das Blumenbeet, während Sie die Füße hochlegen. Stecken Sie einfach den Gartensprinkler an gewünschter Stelle in den Boden und wählen nur mit einem Dreh aus neun Sprüheinstellungen. Wassermarsch, liebe Zuschauer. Erfrischung an heißen Tagen. Nicht nur die Pflanzen werden den Rasenspringer lieben. Lassen Sie Ihre Kinder um die kühlende Wasserfontäne herumtollen. So macht der Sommer erst richtig Spaß. Also das ist ja auch eine gute Idee. Gerade für die Kinder. Es macht ja so Spaß, wenn es so heiß ist, einfach mal ein bisschen Wasserspiele zu haben. Diana, selbst du würdest was da drin rumspringen. Ja, natürlich. Bei meinen Eltern, sie haben auch einen großen Garten und natürlich müssen wir pflegen. Und ich denke, das ist super. Und wie gesagt, für Kinder oder für Haustiere das ist auch ein guter Spielplatz, kann ich sagen. Ja, also ich bin begeistert. Das ist echt eine tolle Idee. Und Sie können selber bestimmen, welcher Gartenbereich bewässert werden soll. So verschwenden Sie kein Wasser und schonen natürlich auch das Grundstück Ihres Nachbarn. Beziehungsweise, Sie kennen das sicher auch, dass je nachdem, wie der Rasenspringer eingestellt ist, man vielleicht manchmal seine Hauswand besprengt die ganze Zeit. Und das ist ja auch gar nicht gut, wenn das Wasser dann ständig eben auch an die Fensterrahmen und so weiter kommt. Dementsprechend haben wir hier ein bisschen mehr Kontrolle. Mit den einstellbaren Düsen können wir eben da uns genau positionieren und zum Fontänenwechsel einfach den Sprühkopf drehen. Und das spart ja auch Wasser. Denn das ist auch wichtig bei unseren heißen Sommern. Wir wollen unsere Gärten grün halten, aber gerade in Süddeutschland wird man doch extrem angehalten, Wasser zu sparen. Wasser zu verschwenden kann dementsprechend dann auch strafbar sein, wenn das Trinkwasser knapp wird. Das hatten wir sowohl schon im Nordwesten als eben auch im tiefen Südwesten des Landes. NX 39, 49 und die 569 für unseren intelligenten Gartensprinkler mit neuen Sprüheinstellungen. Ich finde das toll, dass es so einfach zu handhaben und man hat dann eben wirklich alle Sprüheinstellungen, die man will, einfach nur durchdrehen. Ganz toll. Für 5 Euro können Sie auch gerne mehrfach bestellen. Für verschiedene Bereiche des Gartens. Ich würde da auch drin rumspringen, wenn es richtig heiß ist. Das ist eine tolle Sache. Ingo, dich möchte ich sehen in deinen Boxershorts, wie du dann da mit dem Gartensprinkler rumsprichst. Das ist ein fröhliche Menschen im Sommer. Ein Preisalarm. Es ist doch gut, dass wir die Situation beendet haben, wo es ein Preisalarm kommt. Ja, hier hat sich ein Produkt verirrt, liebe Zuschauer. Das gehört hier gar nicht in die Sendung. Das kostet normalerweise sehr viel mehr. Und das ist ja von sich aus als Geräte. Es saugt, es rotiert. Was kann es sein? Gib mal eins Diana rüber. Das ist ein Tierhaarentferner Bürstenaufsatz für alle Staubsauger. Das ist interessant für dich. Das ist ja für mich sehr interessant. Den stecke ich mir gleich ins Dekolleté, würde ich sagen. Irgendwo, wo ich ihn gut verstecken kann. Das ist ja der Wahnsinn. Der Staubsaugeraufsatz entfernt lästige Tierhaare ja gründlich vom Sofa, von Autosätzen und allen Polstermöbeln. Guck mal hier. Ja. Der bürstet richtig alles, was sich da verfangen hat. Weil so Tierhaare sind ja nun sehr, sehr widerstandsfähig. Und auf den Polstermöbeln eine Katastrophe. Ja, man meint, die haben alle Widerhaken. Vielleicht haben die auch Widerhaken. Und mit dem, der bürstet das richtig durch und passt für alle Staubsauger. Wow. Also das ist überhaupt das Geschenk. Meine Mutter, glaube ich, wäre sehr froh, wenn ich das mit nach Hause bringe, weil ich ihre Polstermöbel zerstört habe mit meinen Hunden, seitdem wir dort sind. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und ich acker mich wirklich ab, wenn ich versuche da zu saugen. Es gibt ja diese kleinen Aufsätze. Aber es ist wirklich schwierig, wenn man eben Polstermöbel mit Stoff bezogen hat und kurzhaarige Hunde hat, beispielsweise diese kurzen Haare. Die sind wie Katzenhaare. Die scheinen wirklich Widerhaken zu haben. Kann man ganz schwer entfernen. Bei langhaarigen Hunden natürlich auch super. Nur da ist es ein bisschen einfacher. Mit diesem Aufsatz natürlich super einfach, weil es hier wie so eine Art Kamm mit dabei hat. Ja, diese Zähne. Und damit kann man gerade auch von langhaarigen Tieren das wunderbar runterziehen von den Polstermöbeln. Also da sehe ich das auf jeden Fall funktionieren. Und bei meinen verrückten Kleinen würde ich das sehr gerne probieren. Das ist ein tolles Ding. Wir gucken mal auf pearl.de nach dem Originalpreis. Das ist mit 11 Euro schon verdammt günstig, wenn Sie im Zufahrhandel etwas Ähnliches versuchen zu kaufen. Also da sind Sie sehr viel mehr Geld los. Also ein tolles Gadget. Vor allen Dingen, dass das auf alle Staubsauger passt. Passt auf alle Staubsauger. Und kann man ganz einfach reinigen. Diese Kappe oben, die kann man abmachen. Und dann eben, wenn sich da was verfangen haben sollte, das eben auch leicht sauber machen. Und schauen Sie mal bei Diana, der Mechanismus, der da drin ist. Ja, das ist sehr interessant, oder? Ja, mit so einer Kette oder so, dass die alle sich gleichzeitig drehen. Was es heute alles gibt, ist unglaublich. Richtig toll. Das ist halt das Tolle, dass wir immer so intelligente Sachen haben, die man sonst nirgends sieht. Unser Tierhaar-Entferner Bürstenaufsatz für alle Staubsauger. Mit der Bestellnummer NC 5703569. Unser Preisalarm. Also dürfen Sie leider nur einmal bestellen. Ja. Da wir es natürlich möglichst vielen von Ihnen zur Verfügung stellen wollen. Und es so ein tolles Gadget ist, was man auf jeden Staubsauger draufstecken kann. Ich sage mal, die Bestellnummer. Das ist die NC 5703569. Für unseren Tierhaar-Entferner. Bitte erinnert mich dran, dass ich den nach der Sendung bestelle. Bitte. Ich denke oft nicht dran, weil wir noch länger hier sind. Aber den muss ich kaufen für 5 Euro. Zwei Stunden hast du Zeit. Ich wäre bekloppt, wenn nicht. Ja, also bitte, bitte erinnert mich dran. Jetzt haben wir aber auch was Schönes. Ja. Oh. Das riecht richtig toll. Das hatten wir vor kurzem schon mal. Und ich habe sie geliebt. Die sind nicht nur schön, sondern riechen fantastisch. Das sind Anti-Mückenkerzen. In Terracotta-Schalen. Ein Dreier-Set für 5 Euro. Das ist wirklich großartig. Denn damit vertreiben wir Plagegeister mit Zitronenaroma. Und ich meine nicht aufdringliche Nachbarn, sondern Insekten selbstverständlich. Wie gut, dass Mücken den fruchtigen Zitronenduft nicht ausstehen können. So halten sie sich die lästigen Insekten vom Hals. Besuch wird gerne kommen, weil das so gut riecht, das würden noch Gäste anlocken. Und keine Moskitos mehr. Das ist super. Sieht fantastisch aus. Ich mag diese Terracotta. Ja, das ist auch noch eine tolle Tischdeko. Sie sind sehr, sehr, sehr gute Qualität, hochqualität, sehr gut gearbeitet. Also ich bin begeistert. Und Dreier-Set, das ist eine gute Überraschung. Ja, guck mal. Ja, ja. Auch ein tolles Mitbringsel, wenn man eingeladen ist zum Grün irgendwo, kann man das als Geschenk mitbringen. Das ist auch mal origineller als die obligatorische Flasche Wein oder der Kartoffelsalat. Dann lieber mal hier diese drei Mückenkerzen mitbringen. Diese Terracotta-Schalen sind wunderschön. Die könnte man auch wiederverwenden, wenn die Kerze runtergebrannt ist. Kann man ein Teelicht reinstellen beispielsweise, weil das eben ein schönes Dekoobjekt ist. Nein, das sieht wirklich toll aus. Und es hält Mücken fern. Mehr braucht man eigentlich dafür nicht zu wissen. Aber es riecht auch noch sehr gut. Und Sie können das bis zu fünfmal bestellen. Das heißt, da können Sie eine große Fläche einmal mückenfrei machen oder Sie haben für das ganze Jahr über genug Kerzen, um mückenfrei draußen zu sitzen. Jetzt ist ja die Grillsaison, geht ja wieder los. Man sitzt ja auch gerne wieder draußen. Ja, das ist ja das Schönste, was es gibt. Wenn da nicht diese Stechmücken immer wären, das ist halt ein Problem. Aber auch für drinnen kann ich mir das gut vorstellen, wenn man im Schlafzimmer oder so. Du kennst das ja, wenn man, ihr kennt das, man versucht einzuschlafen und irgendwo hört man... Und das hält einen die ganze Nacht wach, weil man die Racke einfach nicht findet. Ja, und man ist vielleicht noch zerstochen dann am nächsten Tag. Das kann eben auch sehr unangenehm werden. Und weil diese so gut riechen, würde ich eben auch sagen, dass man die durchaus auch im Innenbereich aufstellen kann. Gerade wenn man gern mit offenem Fenster schläft im Schlafzimmer. Der Duft ist unglaublich angenehm. Also wirklich geradezu verführerisch. Du möchtest mal reinbeißen fast, ne? Ja, ne, wie ein paar Frauen. Also ein betörender Duft, die MCL 64 569 für unser wunderschönes Dreier-Set Anti-Mückenkerzen in Terracotta-Schalen. Da sollten Sie wirklich auch ein paar Mal mehr zugreifen. Mindestens dreimal, würde ich sagen. Dann haben Sie da ein schönes Set. Vielleicht auch eins zum Verschenken und den ganzen Sommer etwas davon. Ja, das ist eine tolle Sache. Sieht richtig toll aus. Sehr cool. So, womit geht es weiter? Sehr schön. Was haben wir denn da drüben? Natürlich. Ein typisches Pearl-Produkt, das wir so lieben. Es gibt typische Pearl-Produkte? Ja, das ist für mich ein typisches Pearl-Produkt. Und zwar eine Steckdose mit Plus. Ich sage mal, wie Freundschaft Plus, Steckdose Plus. Nämlich mit hier zwei zusätzlichen USB-Anschlüssen. Hier drunter. Und das ist für mich ein Produkt, das gibt es schon gar nicht irgendwo anders so günstig. Und Pearl für mich war so der Innovator solcher Geschichten. Denn das ist einfach praktisch, das braucht man immer. Sie wissen, es fehlen einem immer die Steckdosen im Haus. Jeder möchte sein Handy laden und keiner möchte natürlich dafür aufstehen. Alle möchten es möglichst in der Nähe haben und eben das nicht in der Küche anschließen oder im Bad, sondern da, wo man sitzt. Und jetzt könnten Sie im Wohnzimmer hier dieses Ding eben dann in die Wand oder in die Mehrfachsteckdose, je nachdem. Und haben hier eben die Möglichkeit, direkt mit dem USB-Kabel hier weitere Mobiltelefone oder Geräte aufzuladen. Also das ist einfach etwas, das müssen Sie im Haushalt haben, gerne auch mehrmals. Ich würde mich auch freuen. Und für 5 Euro, da machen Sie nichts verkehrt. Das ist vor allem, du blockierst keine Steckdose damit. Du kannst also, wenn man ein Netzteil reinsteckt, normalerweise ist die Steckdose benutzt. Da kann man keinen Toaster, keine Kaffeemaschine, keinen Fernseher, gar nichts mehr reinstecken. Hier wird die Steckdose freigehalten und man kann zwei Geräte gleichzeitig laden. Ihr kennt das vom Hotelzimmer. Da sind immer zu wenig Steckdosen. Gerade so am Nachttisch ist dann die Lampe und die hat eine Steckdose. Da kann man also entweder sein Handy laden oder Licht haben. Ganz genau. Und ich muss auch wieder hinweisen, Wohnwagen, Wohnmobil, liebe Zuschauer. Die Campingsaison, und ich kenne mich damit einfach aus, da gibt es auch zu wenig Steckdosen. Immer zu wenig Steckdosen. Und schon gar nicht dann im Bereich des Bettes, wo Sie Ihr Handy haben möchten. Dementsprechend da auch zugreifen, wenn Sie Camper sind, sollten Sie sich sowas besorgen. Das braucht man auf Reisen immer. Denn selbst wenn Sie zu Hause für genug Steckdosen gesorgt haben, in der Ferienwohnung oder eben im Wohnmobil oder im Campingwagen, ist das garantiert nicht der Fall. Also unbedingt zugreifen hier für die 5 Euro, würde ich definitiv mir ein paar mehr davon holen. Ja, es gibt immer, ein Netzteil alleine kostet ja schon normalerweise, also bei uns kosten die immer so um die 5 Euro. Und hier bekommen Sie zwei Netzteile plus halten die Steckdose frei. Besser geht's nicht. Unsere 2-in-1-Steckdose mit zweifach USB-Netzteil mit der Bestellung war PX2493569. Es hat tatsächlich auch noch eine Kindersicherung drin. Das heißt, Kinder können da in die Steckdose reinfassen, es passiert nichts. Oh, das ist gut. Das ist auch wichtig. 2-in-1-Steckdose mit zweifach USB-Netzteil. PX2493569. Machen Sie die Akkus Ihrer Mobilgeräte ruckzuck wieder flott mit unserer Steckdose, die Ihnen auch nichts blockiert. Ganz, ganz toll. Sehr gut. So, lass kommen was Großes. Das kann man nun wirklich immer brauchen. Das ist sehr schick. Ich bring das mal, Diana, hier bitte. Das ist toll. Das habe ich schon. Das ist in der Küche sehr praktisch. So ein Halter für eine Papierrolle, ja. Und eben das Besondere hier auch mit diesem Ding hier noch mit dabei, das hält dann das erste lose Blatt ein bisschen fest. Guck mal, Diana, genau. Da kann man das so ein bisschen einspannen. Sehr, sehr schick. Also das passt überall rein. Na, es hat vor allem sehr, sehr, ist es sehr schick in dieser Edelstahl, gebürsteten Edelstahloptik. Hat diesen Abrollstopper und ist sehr stabil. Das heißt, du kennst das, es gibt auch diese Ständer, da zieht man einmal dran und dann fällt einem der ganze Ständer entgegen. Auf jeden Fall. Der sieht ja nun sehr stabil aus und ist auch schwer genug, dass da eben man ruhig mal dran ziehen kann, um das abzureißen, ohne dass das ganze Ding einem entgegenkommt. Also hier kannst du gar nichts abreißen, auf keinen Fall. Das ist eben toll. Und eben dieses Ding hier an der Seite, das hält eben dann die Rolle auch noch in Position, wie wir es hier im Einspieler sehen. Dann kann man eben auch gut abreißen und hat, wie du sagst, nicht alles im Gesicht hängen oder überall. Denn meistens passiert ja sowas auch so ein bisschen hektisch. Man hat eben was umgekippt in der Küche. Egal, ob auf die Arbeitsfläche oder auf dem Boden. Und man rennt schnell hin und hat dann das ganze Ding in der Hand, wie du sagst. Hier kannst du es wirklich mit einer Hand abreißen. Fester Stopp dank schwerem Fuß mit Abrollstopp. Das ist halt dieses Ding. Und du hast das schon, Diana. Ja, ich habe das sehr praktisch, ich finde. Und ich denke auch, dass es gut ist, eine für Küche zum Beispiel haben und eine für Garten. Ja, weil wir nehmen das immer dabei und das sieht fantastisch, sehr elegant aus, sehr schick. Ja, und ich denke, das passt zu jeder Küche. Also für 5 Euro, ich empfehle nur. Ja. Das war unsere Kundenstimme. Ja, 5 Sterne. 5 Sterne. Also ein ganz tolles Produkt. Unsere Küchenabrollenhalter mit praktischem Abrollstopp. Ja, fantastisch. Ja, das ist es eben, weil Küchenrollen, die stehen entweder lose rum oder sind hässlich. Nichts. Ja, eben. Und das hält es in Position. Das ist eben so etwas Einfaches. Ja, schauen Sie, wenn Sie ein neues brauchen, es gehört in jede Küche. Entweder Ihres ist schon alt oder kaputt vom vielen Umschmeißen. Das passiert ja auch oft. Oder Sie können sich jetzt einfach mal ein neues gönnen. Für Ihre neue Küche für 5 Euro, überlegt man nicht lange. Da können Sie wirklich das einfach mitnehmen. Und Sie wissen ja, Sie können mehrfach anrufen am Tag. Einfach immer, wenn Ihnen was gefällt, rufen Sie schnell an, damit Sie in dieser Zeitspanne bleiben für unseren Sonderpreis. Und bestellen Sie das. Und wir sammeln Ihre Bestellungen über den Tag. Und wenn Sie über eine gewisse Summe kommen, ich meine 150 Euro, dann zahlen Sie natürlich auch keine Versandkosten. Also einfach immer anrufen, wenn Ihnen was gefällt. Zack, zack, zack. Dann vergessen Sie es auch nicht. Und es ist schon in Ihrem Warenkorb und wird dann alles komplett an Sie versendet, sobald der Tag rum ist. Das ist NC 2919 569 ist für die Bestellnummer, für die Küchenrollenhalter. Hier ist schon das Muskel. Ich höre ein aufgeregtes Buch. Aha. Was ist denn damit los? Ah, das ist clever, liebe Zuschauer. Es ist ein Rotationsball für Hand- und Armtraining mit 10.000 Umdrehungen pro Minute. Aha. Also da kräftigen Sie spielend leicht Ihre Muskeln. Bringen Sie den kleinen Rotor im Inneren des Roter Dünnballs auf bis zu 10.000 Umdrehungen in der Minute. So trainieren Sie gezielt Muskeln an Ober- und Unterarm sowie an Schultern, Brust und Händen. Ja, hier ist ein Faden drin und wenn man den ganz schnell zieht, dann fängt er sich an, Tiere schnell zu drehen und dann ist das wie so ein Kreisel. Dann kann man den so bewegen und gibt einen Widerstand. Ich weiß nicht, kennst du diese alten Kreisel, die man so auf den Bleistiftspitzen balancieren konnte? Nee. So kreisel, schwere Kreise haben ein eigenes Momentum, also sie haben einen eigenen Widerstand und das ist eben dieser Widerstand, den man hat, wenn man dann hier die Hände bewegt, wenn es sich mal so schnell dreht. Und die Drehung ist wirklich sehr einfach zu machen. Wir sehen das hier in dem Zuspieler mit dem Faden. Hier ist ein Faden drin, wenn man den ganz doll zieht. Dann, oh, da merkt man schon, da ist richtig Widerstand drin dann. Und siehst du, er dreht sich immer noch. Das ist irre, oder? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, also unglaublich. Das ist wirklich überall einsetzbar, im Büro, zu Hause oder unterwegs, steigern Sie mit Spaß ganz nebenbei Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Für die Arbeit im PC ebenso wie für Sport und Freizeit. Und je schneller Sie den inneren Rotor drehen, umso größer wirken die Kräfte. Das ist das, was du erklärt hast. Mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilo entspricht das einem kraftvollen Training. Also das ist ja Wahnsinn. Also ich sage mal, so Training für die Arme könnte ich auch gebrauchen. Brustmuskulatur auch immer wichtig. Lass mich das doch auch mal probieren. Das ist echt der Hammer. Das ist dieses Kreisel-Sinn. Kreiselprinzip. Und wenn du da ganz schnell diesen Faden ziehst, das ist wie so ein Brummkreisel. Der hat ja auch so einen Faden, wenn man ihn zieht, dann dreht er sich ganz, ganz schnell. Und das ist das gleiche Prinzip hier mit unserem Kreiseltrainer. Wie heißt er? Rotationsball für Hand- und Armtraining. Mit 10.000 Umdrehungen pro Minuten. Es ist unglaublich, weil es wird schwerer durch diese Rotation. Ja. Unglaublich. Ja, ich merke schon was. Ich grüße mal die Hannelore. Hannelore hat schon zweimal zugegriffen. Tierhaarempfermer und Gartensprengler. Alles richtig gemacht. Das ist wirklich, da haben Sie super zugegriffen. Schicken Sie uns Bilder, wie Sie das anbringen alles und von Ihrem Mund vielleicht, wenn Sie wollen, an redaktion.perl.tv. Wir freuen uns immer über Zuschauerzuschriften. Das ist unser Rotationsball für Hand- und Armtraining mit 10.000 Umdrehungen pro Minute. Da siehst du, wie der Faden eingespannt wird, da im Zuspieler. Ja. So, und jetzt wird der ganz schnell rausgezogen. Wirklich ein verrücktes Produkt. Siehst du? Und jetzt hat der Ball diese natürliche Umdrehung, diese eigene Umdrehung und dadurch kriegst du diesen Widerstand, dass es eben anfühlt wie ein 10-Kilo-Ball. Ja. Und du kannst unglaublich gut trainieren da. Dein Handgelenk, deine Armmuskulatur. Es ist ein Riesenspaß einfach auch, dieser Ball, wenn der sich so schnell dreht. Wirklich lustig. Also eben auch ein lustiges Geschenk für alle, die sportlich aktiv sind und das eben auch gerne unterwegs machen. Das kann man nämlich wirklich in jede Tasche oder in den Rucksack packen und dann zwischendurch ein paar Trainingsübungen machen. Und das soll ja einen Unterschied machen, diese Kleinigkeiten. Wenn du drei hast, kannst du es sogar mit Jonglieren. Mal sehen, ob das Punkt zu dir. Oh ja, stimmt. Die Bestellnummer ist die SD55569 und das war unsere 5-Euro-Show. Rufen Sie an, Sie haben jetzt zwei Stunden Zeit, die Artikel zu bestellen. Viel Spaß. Es hat wieder Spaß gemacht. Tschüss.